Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr eure E-Mails checken könnt und eure E-Mails auch beantworten könnt. Dazu einen Doppelklick auf den Internet Explorer. In dieses Feld hier oben gebt ihr www.gmx.at ein. In dem Feld ganz links könnt ihr auch gleich eure E-Mail-Adresse eingeben, um euch einzulogen. www.gmx.at und darunter euer Passwort. Mit Login könnt ihr das Ganze bestätigen. Um euch die E-Mails anzuschauen zu können, klickt ihr einmal auf E-Mail. Hier findet ihr die E-Mails. Manche E-Mails haben auch einen Anhang. Um diesen anzusehen zu können, klickt ihr einmal drauf und dann auf Anzeigen. Hier befindet sich der Anhang. Jetzt zeige ich euch, wie ihr ein E-Mail beantworten könnt und zurückschreiben könnt. Dazu klickt ihr das E-Mail, das ihr beantworten wollt, an und auf Antworten gehen. Und jetzt könnt ihr den Text eingeben. Und mit Senden, ganz rechts unten, wird auch das E-Mail schon gesendet. Nun könnt ihr sehen, dass das E-Mail erfolgreich versandt wurde. So, wie ihr sehen konntet, war das Ganze ja nicht allzu schwer. Solltet ihr noch Fragen haben, stehe ich euch jederzeit zur Verfügung. Danke. Danke.